Und es geht wieder weiter. Einer ist noch übrig von den Gauklern. Und zwar der Alekin. Ich habe eben dem Stream versprochen, wenn ich den Hauptgewinn bekomme, sprich eine Million an der Mand, dann mache ich einen 24-Stunden-Stream. Da das aber nicht passieren wird, wird es nicht passieren. Vielleicht, wer weiß. So, ich werde jetzt 40 an der Mand immer setzen. So, dass ich bis 3000 an der Mand komme. Und ich würde mal sagen, 3, 2, 1. Jeder kann beginnen und auch mit mir gemeinsam setzen. Jetzt werden die Gewinne schon ein bisschen interessanter, weil 40 an der Mand, das ist nicht einfach mal so. 5 Gold, okay, kann ich 5 mal hier wieder spielen. 1 Dietrich, das ist mies. Das müsste mindestens ein 5er-Stack sein. 30 Rote, das passt für 40. 60 Lila, ja. Ein Seelenstein ist 1 zu 1 so, als ob ich den gekauft hätte. Viermal hintereinander. Pentakill. Oder so, nein, doch nicht. Aber vier Seelensteine hintereinander. Als ob das so wäre, wenn man in derselben Sekunde setzt, bekommt jeder dasselbe. Ja, ja, die Verschwörungstheoretiker sind schon am Start. Blitterter Rubin. Wie viel kostet der? 200. Das war gut. 40 für den, das war sehr gut sogar. 5 Dietricher für 200. Die Sprengkugeln. Boah, die müssten sie echt rausnehmen. Das ist so der... 50 für 40. Yay, party hard. Die Sprengkugeln sind echt so der Trostpreis. Wie ein Schlag ins Gesicht. 50. Das war mal spitzenmäßig. Das ist fein. 50 Dietricher ist... Oh, Doppelgänger kann rein. Sehr schön. Und Kraygon auch. Das heißt, jetzt gehen wohl ein paar Leute raus. Können neue rein. Ihr könnt euch wieder einladen. Aber es können wohl leider so maximal 50 Leute in eine Zone hinein, was etwas schade ist. Aber gut. So, ein Dietrich. Aber über die darf ich mich jetzt nicht... 250. Und ich bin wieder fast bei meinem Ausgangswert. Das ist gerade nicht so schlecht. Kann man nicht meckern. Wir sind übrigens gerade, wer neu einsteigt, bei dem ganz oben, bei dem Typen... Wie heißt der Alekin? Der bei der Umfrage verloren hat. Und jetzt bekommt er das an der Mand. Wer hat das vorher im Chat gemeint? Lord Deng, glaube ich. Genau. Ja. Zuerst ist er der Unbeliebteste. Und dann schieben wir ihm die Premium-Währung in den Rachen hinein. Gut. 1200 hat er da jemand. Das ist auch nicht schlecht. 50. Was ist das Maximum an KDWs, was man hier rausziehen kann? Hat das schon jemand herausgefunden? 50 war, glaube ich, das meiste, was ich bisher gesehen habe. 50 Gold wieder mal. Schilling, du Noob, schreibt jemand. Ja, ich kann nichts dafür. Für mein Glück hier. Das liegt an Alekin. So, wen das übrigens interessiert. Dieser Schatz mit eine Million an der Mand ist folgendermaßen. Da gewinnt man dann eine Schatzkiste. Und wenn man die aufmacht, hat man mindestens irgendeine hohe Summe an der Mand. Habe ich jemanden gesehen, der hat 10.000 rausbekommen. Aber da kann dann wohl auch mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit der Jackpot von einer Million drin sein. Oh, ich würde mir sofort, keine Ahnung, Saphire und Rubine noch kaufen. Ein paar Amethisten vielleicht noch. Aber eine Million, das ist ja heftig. Das ist echt viel. Eine Million, das ist so einiges. Was ich aber gut finde, irgendwie kommt mir das nur so vor. Oder gibt es hier relativ viele offensive Steine. Also nicht nur so Zeug wie Zyanid, Amethyst und Diamant. Sondern sehr viele Rubine, Saphire, Onyx. Kommt mir so vor. Ist vielleicht so, keine Ahnung, 5 Gold. Ja. Jetzt weiß ich gar nicht, wie viel ich am Anfang hatte. 50 an der Mand für 40 an der Mand. Nochmal. Ich komme nicht auf die 3.000 runter. Wo? Gummiball, wo hatte jemand 1.000 Gold? Habe ich das übersehen? Hatte hier jemand 1.000 Gold? Das wäre ja mal mega krass, wenn man hier 1.000 Gold gewinnen kann. Oh, zum Glück habe ich es auf Video. Wie krass ist das denn? 1.000 Gold hier rausziehen? Das wäre heftig. Das sehe ich mir dann in der Aufnahme an. Wer auch immer das bekommen hat, herzlichen Glückwunsch. 1.000 Gold. Damit kann man hier schon mal zwei Tage durchgehend zocken. Oder man hat den Umhang. Den Mantel der Macht. Instant. 30, 30. Ich müsste dann hier auch ein bisschen spielen. Aber 200, das geht dann schnell weg. 150. Das ist gut. 40 an der Mand, 150 rote. Damit kann ich hier leben. 29 FPS. 30. Nö, ich habe das minimiert auf das. Also mein Video, welches ich dann hochlade, hat im Endeffekt sowieso nicht mehr als 30 FPS. Und drüber soll er gar nicht gehen, weil das unnötig ist. Und ich habe noch die Streaming-Applikation offen. Von daher, wenn ich nicht zocke, habe ich so 90 FPS oder noch mehr. Aber hier sind so viele Leute und die spammen noch immer ihre Emotes. Da stürzt der Server ein. Und nö, wir waren es nicht. Wir spielen hier nur. Ich sollte echt aktiver auf diese Liste schauen. Lasse mich zu sehr vom Chat ablenken. Aber irgendwie, der Chat ist hier relativ ruhig, oder? Sehe ich den nur nicht. Ach so, der Chat. Ich habe den Chat eingeblendet. Also ausgeblendet. Sorry, Leute. Ich habe ihn jetzt wieder hier so, dass man auch sieht, was die Leute hier schreiben. Tut mir leid. Ah, du bist auch hier. Gutmut auch. Oder was schreiben die hier? Shoutout an euch. Cool, dass alle... 1200. Jawohl. Spitze. Ich verpasse hier die besten Sachen. So, kann ich dich einladen? In die Gruppe einladen. Einen Platz haben wir noch. Bam, badam. Schön langsam komme ich dann auch zum Ende. Dragon hat die 1000 Gold bekommen. Heftig, heftig. So, und jetzt noch einmal 200 an der Mand. Und wenn ich eine Sprengkugel bekomme, dann fresse ich einen Besen. So, wohin? Einen, Einen, Mu. Und, ja, gut. Ist zwar jetzt nicht das Gelbe vom Ei, aber besser als eine Sprengkugel. Noch ein paar Mal ein Gold. Yes, 5 Essenzen. 5 Essenzen. Ich würde sagen, das war's. Sehr schön. Sehr schön. Yo. 1 Gold für 1 Gold für 1 Gold. Was ich etwas enttäuschend finde, dass niemand so einen Edelstein bekommen hat. Also, diese 9, unique. Am Test-Server ich die gesehen zufällig, aber hier, obwohl es so viele Leute setzen, irgendwie gar nichts. Oben rechts, oben Mitte, oben rechts. Und dann oben Mitte. Vielleicht muss man den geheimen Kodex knacken. So, in einer gewissen Reihenfolge. Ah. Schön, langsam kommen wir der Sache näher. Ja, ja, Craig, und wenn du Bock hast, kannst du mir den Screen schicken. Gut. Dabei belasse ich's. Oh, ein Trostpreis. Eine Runde Mitleid für dich. Oh. Genau. Vielen, vielen Dank an alle, die jetzt auch hier nochmal dabei waren. Ein paar Neues sind dazugekommen, die haben's noch reingeschafft. Und wollen wir noch zum Abschied einmal Emote-Party-Büßchen. Komm, jeder noch raushauen, was er hat. Jeder kann nochmal zeigen, was er so in seiner Inventarbox hat. Denn wozu verbraucht man jahrelang die ganzen Inventarplätze für Emotes, wenn man sie dann gar nicht einsetzen kann? Einmal noch die Server zum Glühen bringen. 200 an der Wand, eine Sprengkugel. Ja, das ist etwas nervig. Aber Moment, wie viele kosten die denn? 200. Die kann man auch im Shop direkt für 200 kaufen. Von daher... Die sind's anscheinend wert, aber irgendwie... Rest in Peace, Laptop von Killer. Es tut mir leid. Aber wir werden trotzdem weitermachen hier. Gut. Das war's mit der dritten Folge zu dem neuen Feature. Herzlichen Dank an alle, die dabei waren. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Und dann würde ich sagen, geht es einfach beim nächsten Mal weiter. Das war's mit dem neuen Feature.